So, meine Damen und Herren, wir gehen rein in der nächsten Random in the Duos. Gucken wir mal, was wir heute finden. Wird es ein Teammate sein, der nach zwei Sekunden einfach rausgeht? Wird es wieder ein kleines Kind sein, was mir ins Ohr schreit? Oder wird es tatsächlich ein guter Teammate sein? Das alles in der heutigen Folge. Hallo. Hallo. Oh, was ist das, mein Freund? Wo bist du, brah? Wo bist du? Deutschland, Deutschland. Oh, shit. Oh, mein Freund, ja. Wo bist du? Ich bin aus Norden. Oh, nice to meet you. Nice, nice. Nice to meet you, too, bro. Let's go, bro. The energy is real. We have the energy. Let's go. Now we can win this round. We will win this round. The energy, bro. Let's go. Oh, shit, bro. I got it. Where do you want to drop? Let's go over there. Just chill, because I'm not warm up. Netflix ain't chill. Oh, really? Yeah, bro. The whole fucking time, you know? There you go. We got this. No, I don't think so. I don't think so. I don't think so. How old are you, bro? Are you, what? How old are you? I'm 19. What about you? Oh, shit. I'm 23. Oh, okay. Nice, nice, man. Since which season do you play? The last days of season three, I think. Oh, okay, okay. Nice. What about you? I started in season one. Oh, shit. That's nice, bro. Yes, yes, yes. But I played the last week almost no Fortnite, so I'm not the best at the moment. I'll try my best anyways. Okay, okay. Yeah, I'm not the best, bro, too. Ah, you're the best, man. I can hear it in your voice. You're a pro player. No, no, bro. Is it you, Mokal? Thanks for your follow, bro. We have a new streamer, man. Sympathisch, man. Absolutely sympathisch, right? Norwegen is always cool. Norwegen is always cool, man. Oh, shit. Maybe I'll try to target German. Kappa. What? What? Oh, nothing. Nothing, bro. It's good. You did say Kappa. Any weapon. Yeah, bro. It's a Norway fashion world. Oh, really? Yeah, bro. I think it's from Germany, right? Yes, yes. For real? Are you trolling me or for real? No, bro. No, bro. Oh. In Germany, everyone says also Kappa. Yeah, I heard that. It's from Germany. Oh, crazy, okay. Bro, do you know the Dirty Vino Classic? The what? The Dirty Vino Classic? What is a Dirty Vino Classic? Oh, bro, I will show you. Okay, I'm scared, bro. Oh, shit, bro. You're the real Marky? No, I'm not the real Marky. No, no, no. Okay, okay. No, no, no. No, no, no. They must be mistaken. No, you know? Emil Loss, thanks for the follow. Yeah, I think so, because you're here comes over to me. No, no, no. No, 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 no. Chat, er sagt, du bist Streamer, oder? Hey, chat, er ist ein Geil, ich feier's. Ich feier's. Chat, Ehrenbruder. Marky, Natalie, love you. You know what I mean, Marcel? What, 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 Natalie, love me? Yeah, they told me I, yeah. How old is Natalie? Is she over 18? Bro, Natalie, how old are you? It's interesting for me, too. Are you, eh? Oh, bro. What's up? Oh, man. So, when you're 18, then slide my DM. Just saying. Oh, man, bro. I like you, I like you. And, uh, yes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, you don't, you don't. But I heard. Yeah, someone told me if I didn't say moin' myster. Yes. Yes, Manchester. Yes. And maybe next time I would say moin' myster. Yes, bro, yes. Let's go. That's it. That's it. Oh, da ist ein enemy neben mir. Oh, ich komme. Ich glaube... Oh nein, es ist Wolverine dahinter. Oh mein Gott, aber es ist ein enemy in front of mir. Ein ist crack, ein ist crack. Es ist nur ein, ich glaube. Nice, Bro. Ich sag's euch. Norwega immer der beste, Alter. Schweden, Norwegen, Däne und so. Immer geil, immer geil, ne? Which skin? Lebkuchen, ich glaube. Lebkuchen. Wenn ich sage, weg damit. Someone told me I said, weg damit. No, 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 no. Do you see your German... Yeah, I wasn't. I wasn't. I wasn't. I wasn't. I wasn't here last year. Oh, really? Okay. Oh, okay, because your pronunciation is good. Oh, thanks, Bro. Your English is really good. Thank you, my brother. I never talked with someone that can speak several English than you. Thank you, thank you. I was born in the USA, you know, that's why. Okay, shit, that's cool. Yes, 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 yes. Perfect, Bro, perfect, okay. Der Lebkuchenmann skin is... What is it called in English? Wait, gingerbread. The gingerbread skin. Oh, gingerbread, okay. Yes, yes, yes. Perfecto, perfecto. Nice. You like it? Yes, it was my first skin. Yo, what's up, Justin? Your first skin? Oh, shit, that's cool. Yes, 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 yes. I think my first skin was a nose skin. Oh. Oh, okay. My first skin was a nose skin as well. Nice one. Hey, Zed, glaubt ihr, er troitney, oder? Ist das wirklich ein Norweger? Der spricht gut Deutsch, ne? Der spricht gut Deutsch aus. Er hat sogar Moin Maise gesagt. Moin Maise. Moin Maise. Chat Ehren, man, Alter. Wir müssen gewinnen, okay? Ich muss sweaten. Das ist ein geiler Typ, Alter. Den feiere ich. Den feiere ich, Chat, Alter. Den feiere ich, Mann. Genauso wie euch. Brezel and Weisswurst. Brezel and Weisswurst. Nice. Yeah, Bro, a little easy I am. Brezel and Weisswurst. Er ist deutsch, er trollt. Er ist deutsch. Denkt ihr, denkt ihr, denkt ihr. Bro, I think this is the easy round, because we don't see someone. Er trollt. Ja, nein, ich glaub nicht, oder? Er ist deutsch, er trollt? Wirklich jetzt? Safe? Guys, thanks for all your followers. Thanks, thanks, thanks. Nein, er lügt. Der ist nicht deutsch, oder? Nein, oder? Hm. Sollen wir ihn zur Rede stellen? Okay, passt auf, Chat. Wir stellen ihn zur Rede, okay? Ähm, Bro, I don't have delay, I think. Maybe two or three seconds. When you are from the phone, then maybe four seconds. Bro. Bro, 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 hello. Some people in my chat say, you are from Germany. No, Bro, I'm not. Are you, are you lying? No, Bro, I don't lie. I will never lie, I swear. Okay. Swear on our friendship, that you are from Norway. Na, Bro. I can't. Jaaaa. Mhm. Germano, Germano. Mhm. No, Bro, Bro. I swear I'm not from Germany. Dann verstehst du jetzt auch nicht, was ich sage. Oh Gott, das sind Gegner. Hey, du kleiner 31er, was soll ich? So ein kleiner Lübel. Ich wurde geprankt, ich wurde getrolled, Chat. Hier ist ein Gegner, oder? Da hab ich einfach hops genommen. Chat bin hops genommen worden. Sehr gut. Chat! Chat, ich wurde hops genommen. Ach Mmö. Ehre. Genommen. Vorout. Genommen. Leben. Genommen. Ach, komm komm das war es wieder komplette Chat, alter wieso werde ich immer. Bist du und an fighten? Japp. Oder als nicht fighten, hallo. Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Die packen mich da beim Ubalap Also eine und um mir ist absolut low. Ich versuche grad hochzukommen aber. Ich heul doch. Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Alles gut, ich komm. Ja, geh runter, geh runter. Kannst du runterkommen? Ja, bin dabei. Komm rein. Da komm ich nicht durch. Let's go. Oh, da kommt jemand. Der Arme Marki. Komm, komm, komm. Ich kann dieses Scheißdinger nicht kaputt. Warte, hoffen wir mal sicher gehen. Alles gut, bro. Wie er mich trollen und ich belebe ihn, ne? Wer trollt jetzt wen, ne? Komm, mach doch. Ja komm, mach doch. Ja komm, mach doch. Ja komm, mach doch. Dann machen wir. Ich hab's nicht so gemeint. Norwegen, Alter, so einer. Ja, Bruder, keiner kommt aus Norwegen. Weißt du, wie ich mein? So einer, Digga. Ich hab mich so gefreut, ne? Ich sag noch so, die Norwegen sind immer so nett. Geil. Geil. Macht der diesen, Alter? Ja Bruder, ich bin auch nett, Alter. Was soll ich dir sagen? Ey, ich schwör, aber ich dachte mir schon so, die Aussprache ist zu gut, Alter. Die deutschen Wörter, das ist... Ja, das heißt Problem. Ich wollte schon so ein bisschen auf Low machen, aber... War trotzdem stark, Alter. Hast mich erwischt, Alter. War trotzdem stark. Muss man ihm geben, Chat. Gut, dass du dich gerafft hast, Ralph. Ich raff gar nichts, Alter. Ich raff gar nichts, Alter. Es tut mir auch ein bisschen leid wehlen, aber... Ach, Brudi, alles gut. Ich werd nachher mich in den Schlaf weinen, aber sonst geht's mir gut. Alles super. Komm, wir holen jetzt Sieg, Bruder, Alter. Ey, wir haben noch sieben Gegner, Maschalat, Chat, wir holen jetzt. Okay, wir sind in Zone, wir haben noch sieben Gegner, meine Damen und Herren. Jetzt wird's spannend. You know, no, no way, what? Oh no, hey, hello, what? Oh, ich kann den runterediten, Bro. Jo, der war ja noch. Ehren, Bruder. Loot mitnehmen for free. Loot. Nimm du dich auf. Du bist besser damit. Hier, nimm, 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 nimm. Ja, wahrscheinlich bin ich besser damit. Du bist der Beste. Ich nehm Unibeam, Alter. Dann kill ich alle jetzt. Jetzt rein da. Chat, habt ihr dieses Play gesehen von mir? Runtereditiert, bam. Pro-Player soll noch einmal sagen. Soll noch einer einmal sagen, Alter. Ja, der war einfach drin. Ich sag ja nur. Pst, ey, jetzt Ruhe. Jetzt wird er frech, Chat, ne? Jetzt wird er aber frech. Kannst du mir wieder meine Pump geben? Ja, wem hab ich eine Pump geben? Ja, nimm doch hier, ich spiel ohne. Soll ich jetzt n Unibeam in dich reindrücken, ne? Soll ich machen? Mach doch. Sag das nicht, ich mach das. 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 Mach und ich pulse dich in die Zone, let's go. Was? 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 Ja, sag doch nochmal. Ich hab's aufm Anschlag. Ich hab's aufm Anschlag. Bro, pass bloß auf, was du machst. Ich sag's dir. Da ist jetzt jemand ganz leise geworden. Warte, Chat. 90er. Oh, Chat, nice. Da leicht die Unibeam-Spieler, Chat. Man kennt ihn. Das ist nur einer, glaub ich, da drin. Aber der hat sich richtig hochgehielt. Pass auf. Ja, pass auf. Einer ist draußen. Ah ne. Ja. Wer ist unter mir? Wer ist unten? Ja, ey, ich geh mal hoch, Bruder. Vor der Pump hab ich absolut Angst. Ey, dieser Bot, hau doch mal ab, Junge. Hä? Ey. Bruder, er ist direkt über mir. Nur weil ich den Bot abschieß, Mashallah. Wir klären das. Oh nein, ich geh da tot. Robert, du hast mir so das Leben gerettet. Du hast mir so das Leben gerettet, Mashallah. Der ist der. Ihre Chat. Der hat Fischer sich gegönnt. Oh. 40 weiß. Nice. In einer Box ist, kann ich Dings machen, Alter. Juni-Beam. Ich mach Juni-Beam. Hab ihn nicht gehittet, leider. Ich geh mir kurz begehen. Gönne, gönne. Der ist auf jeden Fall gut low. Ja, ja, ja. Ich geh mit dem Puls gleich hoch. Okay. Und dead. Nein, doch nicht. Ich bin auch dabei. Ich bin wieder unten. Ich bin auch überfordert. Der hat den Edit bei mir. Der ist hoch geflogen. Sicher hoch? Ah ja. Hab ihn. Sehr gut. Der beste Chat. Die letzten zwei Gegner, Bruder. Hier ist noch ne Spaß für dich. Nimm dir mal mit. Hat der Mad-Kit oder sowas? Äh, nein. Schade eigentlich. Hast du ein paar Mads für mich? Ich hab fast keine Mads. Ah, wie kann ich mit dem Scheißteil fliegen? Ich spiele das nicht. Äh, wo ist Spaß? Wo ist dein Spaß? Ich hab 300 Just Dain. Ich find die Spaß leider nicht. Äh, ich hab sie dabei. Ich hab sie dabei. Achso. Bruder, ich wurde so weggelasert. Ehre. Genommen. Du musst es alleine klären. Ich glaub, das war's dann. Nee, du schaffst es. Ich wurde so weggelasert, Bruder. Nee, guck dir meine Mads an. Ich hab 400 gedroppt oder so unten. Unten liegen 400 Mads bei mir. Kann ich mit Detail fliegen? Ja, kann ich. Ja, ein bisschen. Aaaaah. Und die Bots auch noch, Chat. Hä, wo? Wie flieg ich denn hier? Ich hab keine Ahnung, Bruder. Ich flieg sonst auch nicht. Geil. Hä, was ist das? Warum bin ich grad so geflogen? Ich flieg doch auch nicht, Chat. Ich flieg doch auch nicht. Ich flieg doch auch nicht. Ich flieg doch auch nicht. Ey, Schade. Scheiß, Scheiß, Alter. Was? Also, ich hab jeden Fall mies gefreut in dir. Und nochmal. Fetten, fetten Dank an deine Community für die ganzen Follows. Ich küsse eure Herzen. Hm? Lügner, warum lügst du jetzt hier? Hm? Hallo? Hört ihr dich noch, Chat? Ich hör dich nicht mehr. Hm? Hallo? Hallo? Ich hör dich nicht mehr. Chat? Diggi, ich wünsch dir auf jeden Fall was, gell? Ich dir auch, falls du mich hörst. Aber ich hör dich ja leider nicht mehr, ne? Also, deswegen. Ja, ja, alles. Aua. Chat, was war das für die Legende? Alter, was ein Tipp? Ey, GG's, falls ihr neu seid. Kostlos abonnieren. Nicht vergessen, was auf Rating 2 ist. Ich kannte die. Mega eine Runde. Alter, leider kein Ziel. Ich hab gechockt. Sorry, Alter. Ich hab gechockt. Et hast ja lesbe 너무 Energie. Deut. Ich hab gechockt. Aber es ist auch nicht. Und das ist auch nicht.